Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, vorweg, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und die Möglichkeit, heute hier zu euch sprechen zu dürfen und kann hier sagen, schon seit Längerem haben wir mit großem Interesse und großem Respekt eure Arbeit verfolgt. Und wir sind hier heute vereint am 9. Mai, vereint an einem Tag des Siegers und vereint im Gedenken, aber das auch stets mit vorangerichtetem Blick. Und die Erfahrungen, die wir aus der Zeit des deutschen Faschismus gezogen haben, dürfen niemals vergessen werden. Und auch die deutschen Gewerkschaften haben ihre Lehren aus jener Zeit gezogen und nur deshalb sind Kommunisten und Sozialdemokraten den historischen Kompromiss der politischen Einheitsgewerkschaften eingegangen, als gemeinsame Kampforganisation zur Abwehr der heftigsten Angriffe des Kapitals auf unsere Klasse. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.